Moin zusammen, heute wollen wir uns mal das Volumen einer Kugel anschauen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Was müssen wir bei der Kugel kennen? Ihr seht hier eine Kugel als Skizze und diese Kugel hat einen Mittelpunkt. Das heißt, das ist ein Punkt, der in der Mitte dieser Kugel liegt und zu allen Randpunkten, also zu allen Punkten der Oberfläche, genau denselben Abstand hat. Und dieser Abstand ist immer genau der Radius R, der hier in rot eingezeichnet ist. Und wenn wir das Volumen der Kugel jetzt berechnen wollen, dann haben wir Volumen der Kugel gleich 4 Drittel mal Pi mal R hoch 3. Und das ist eigentlich auch schon alles, was man dazu wissen muss. Also wir können mal ein Beispiel machen. Zum Beispiel wollen wir das Volumen berechnen, wenn der Radius 8 Zentimeter ist, dann rechnen wir 4 Drittel mal Pi mal 8 Zentimeter in Klammern, ist wichtig, müsst ihr euch merken, hoch 3 und kommen dann auf ungefähr 2144,66 Zentimeter hoch 3 und haben das Volumen der Kugel ausgerechnet. Jetzt gibt es für euch noch zwei Beispiele. Das erste Beispiel ist ein Golfball. Der Radius von einem Golfball ist 2,1 Zentimeter, das heißt, wir können einfach wieder hier in unsere Formel für das R den Radius vom Golfball einsetzen, also 2,1 Zentimeter in Klammern hoch 3 und können das Ganze dann in den Taschenrechner eingeben und kommen dann auf 38,79 Zentimeter hoch 3 und kennen jetzt auch das Volumen eines Golfballs. Als nächstes Beispiel haben wir das Volumen eines Fußballs gegeben und sollen jetzt herausfinden, wie ist denn der Radius. Dazu teilen wir durch 4 Drittel Pi und ziehen die dritte Wurzel und haben dann unser R raus. Ich schreibe das einmal auf, also wir ziehen hier die dritte Wurzel, haben dann 5306,04 Zentimeter hoch 3, dividiert durch 4 Drittel Pi und haben dann unser R raus. Wenn wir das in den Taschenrechner eingeben, dann kommen wir auf ungefähr 10,82 Zentimeter als Radius für den Ball, das heißt, der Ball hat ungefähr einen Durchmesser von 20 Zentimeter. Ich hoffe, ihr habt gesehen, dass das Volumen einer Kugel zu berechnen echt nicht schwer ist und ihr keine Bauchschmerzen haben braucht. Falls ihr auf der Suche nach guter Nachhilfe und Unterstützung seid, schaut gerne mal bei uns auf der Website vorbei, da findet ihr welche und denkt immer daran, Mathe kann jeder, wir wollen das beweisen.